Sehr gut. Ich war so überzeugt und so begeistert von der Hygiene, die eigentlich schon beim Eintritt in die Klinik vorhanden ist. Ich habe mich so aufgenommen gefühlt. Es war wirklich freundschaftlich. Alle strahlen, alle sind gut drauf, alle sind freundlich, nett. Man fühlt sich wirklich gut aufgehoben. Und man merkt auch den Unterschied. Zu Hause hat man einen Zahnarzt, der macht praktisch alles. Und hier merkt man, dass wirklich kompetentes Personal vorhanden ist und dass dann für jeden Schritt eigentlich der Experte vorhanden ist. Und das macht Sinn und gibt Vertrauen. Also super. Ich bin sehr zufrieden. Ich war schon das erste Mal, man hat mir Zähne gezogen und ich dachte, naja, jetzt läufst du zwei, drei Tage ohne Zähne rum. Nein, ich hatte sofort das Provisorium drin und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden.